Für den Positivismus gilt die naturwissenschaftliche Erkenntnis als einzig wahre Erkenntnis. Das Positive im Begriff steht für das Tatsächliche, das Konkrete. O'Jusse Compte beschrieb in seinem Hauptwerk »Abhandlung über die positive Philosophie« ein »Drei-Stadien-Gesetz«. Unser Modell demonstriert dieses in seiner Mitte. Jeder Erkenntnis durchläuft, nach Compte, im Gang der Geschichte drei Stadien. Das erste Stadion ist ein mythologisch-theologisches. In ihm werden alle weltlichen Erscheinungen mit dem Handeln göttlicher Wesen erklärt. In der folgenden metaphysischen Phase werden die Erscheinungen mit Begriffen wie Wesen, Idee, Seele abstrahiert. Erst die dritte wissenschaftlich positive Phase betrachtet die Phänomene, wie sie sind, und erstellt Begriffe und Gesetze. Die Wissenschaftler sind sich bewusst, dass ihre Begriffe unbeweisbare Induktionen darstellen. John Stuart Mill ergänzte Comps Gedanken auf ethischem Gebiet. Mill vertrat den Utilitarismus. Er beschrieb das Gute als einen glücklichen Zustand des Menschen, in dem dieser Lust empfindet und Schmerz vermeidet. Das Prinzip des größtmöglichen Glücks für die größtmögliche Zahl von Menschen ist oben in unserem Modell veranschaulicht, wobei die dritte Darstellung auf die qualitative Einschätzung des Glücks hinweist. Weiterhin erklärte Mill die wissenschaftliche Methode der Induktion, die jahrhundertelang nur intuitiv angewendet wurde. Dies verbildlicht unser Modell unten. Drückt der Besucher kurz und kräftig in die runden nummerierten Vertiefungen, erklingt entweder ein leiser Ton oder es erscheinen in den zwei ovalen Fenstern die Farben Rot, Grün oder mehreres gleichzeitig. Oder aber es passiert nichts. Welche Eigenschaften bilden die Ursache für welches Phänomen? Induktionen bieten keinen sicheren Beweis. Der Mensch kann nicht mit hundertprozentiger Gewissheit bestimmen, dass aufeinanderfolgende Ereignisse tatsächlich kausal zusammenhängen. Die millschen Regeln der Übereinstimmung und des Unterschiedes der begleitenden Veränderung sowie des Restphänomens stellen nützliche Methoden dar, um zu höheren Wahrscheinlichkeiten zu gelangen. Diese Regeln basieren alle darauf, dass die bekannten Eigenschaften der betrachteten Gegenstände isoliert voneinander untersucht werden. In unserem Modell handelt es sich um die Qualitäten rund oder eckig, lang oder kurz, sowie schwarz oder weiß. Aus diesen vielen konkreten Einzelfällen können allgemeine Gesetze abgeleitet werden, zum Beispiel, dass die Eigenschaft, lang zu sein, das Erklingen eines Tones zur wahrscheinlichen Folge hat. Um diese Ergebnisse hundertprozentig abzusichern, müssten folgende Bedingungen erfüllt werden. Die Körper besitzen nur die genannten Eigenschaften und jede Eigenschaft verursacht genau ein Phänomen. Keine der Erscheinungen dürfte spontan oder aufgrund anderer außerhalb der Körper existierender Ursachen auftreten. Weil diese Voraussetzungen praktisch nie gegeben sind, bleibt die induktive Logik ohne endgültige Beweiskraft. Dennoch ist sie eine der wichtigsten Arbeitsinstrumente jeder wissenschaftlichen Untersuchung.